Was soll sich der Betreiber dieser Hotline als nächstes kaufen? Eine Yacht? Eine Ferrari? Finde es raus! Sende einfach die Kontonummer deiner Eltern an 6x6. Wolltest du schon immer wissen, wie schlau du bist? Mach unseren Intelligenztest! Sende eine SMS mit Schlaumeier an 6x6. Idiot, das muss ein Wähler sein. Schlaumeier an 6x6.